Guten Morgen, mein Süßigkeiten-Laden. Hallo, meine süßen Süßigkeiten. Und das Allerschönste, was ich hab. Ich nehm den Fall an. Und es gibt eine Aufgabe für euch. Schaut genau hin. Detektiv Polly ist hier. Was ist passiert? Die königliche Schokolade wurde gestohlen. Das war das Wertvollste, was ich hatte. Okay, ich werd sie finden, Miss Cherry. Aber zuerst müssen wir den Tatort sichern. Also, wer hat den Süßigkeiten-Laden ausgeraubt? Ich hab wie immer die Marshmallows gegrüßt. Und dann... Sorry, ich muss da rangehen. Ja, Mom? Gehst du weg? Ich soll auf meinen Bruder aufpassen. Schön. Miss Cherry, warte. Chad, los. Miss Cherry, das ist mein Bruder. Das war die schönste Schokolade überhaupt. Chad, mach eine Skizze. Sie war der Hingucker. Das heißt also... Sie ist groß? Chad, zeichne. Klar. Sie hat eine große Verpackung. Und kleine Nüsse. Und jetzt muss sie sehr traurig sein. Mach dir keine Sorgen. Mein Assistent hat schon eine Skizze gemacht. Chad, zeig sie uns. Ich will nach Hause. Er macht nur Witze. Komm schon, Chad. Es wird Spaß machen. Nein, wird es nicht. Ich hab eine Idee. Eins, zwei, drei. Wow. Sherlock Holmes und Dr. Watson. Nein, wir müssen etwas anderes tragen. Komm schon. Oh, eine Mafia-Familie? Das gefällt mir nicht. Peinlich. Weiter geht's. Oh, Wild Wild West. Und mein wilder Bruder. Jeha. Autsch. Sorry. Und nochmal. Oh, du bist so ein Baby. Sieh dich selber an, Prinzessin Chad. Meine Hoheit. Oh, schon besser. Okay, lass uns den Fall lösen. Mein verlorener Schatz. Da bist du ja. Sieh mal. Ich hab die Biografie von meiner Schokolade gefunden. Pass auf, Chad. Die 60er. Was für eine verrückte Zeit. Die Schokolade war der Star auf allen Partys. Und hier ist das Mittelalter. Ritter taten mutige Dinge für die Liebe. Und meine Schokolade. Und hier ist die Steinzeit. Die besten Dinge auf der Welt waren Mammuts. Und Schokolade. Wie du siehst, ist meine Schokolade sehr wertvoll. Hat euch die Geschichte gefallen? Aha, klar. Wow. Ich bin im Süßigkeitenladen. Ich kann alles essen, was ich will. Chad? Chad? Komm her. Ups. Warte. Wir müssen Fingerabdrücke nehmen. Das ist echt clever, Chad. Natürlich werden wir Schokolade benutzen. Hey. Ich mach vorsichtig Schokoladenfingerabdrücke. Geschafft. Chad, untersuch das. Klar. Jetzt nehmen wir Fingerabdrücke vom Tartort. Hier sind sie. Es hat geklappt. Chad? Chad? Wo bist du? Hast du die Fingerabdrücke gegessen? Lass uns nach Beweisen suchen. Eine Goldverpackung. Schokoladenspuren. Lass uns zurück zum Behälter gehen. Hey, wo ist der? Chad? Chad. Du wirst noch den ganzen Tartort aufessen. Komm mit. Beide dich. Wir sind spät dran. Warum dauert das so lange? Nur noch eine Minute. Komm schon, Chad. Miss Cherry. Ich hab den Verbrecher gefunden. Er ist das ganz sicher. So jung? Und schon ein Verbrecher? Warte. Ich hab das Recht auf einen Anruf. Mom? Polly ärgert mich schon wieder. Willst du mit dir sprechen? Klar. Was? Ja, Mom? Ja, verstanden. Hab dich auch lieb, Mom. Also, Chad ist nicht schuldig. Wir hatten Unrecht. Das wirst du noch bereuen. Ich brauch Zeugen. Und ich glaub, ich hab sie gefunden. Lasst sie uns verhören. Was habt ihr gesehen? Sagt es mir. Oder wollt ihr es auf die harte Tour? Ich werd euch zum Reden bringen. Kapiert? Ihr könnt nicht ewig schweigen. Ihr habt hundertpro etwas gesehen. Sagt mir einfach den Namen. Oh. Die Zeugen haben aufgegeben. Ups. Mh, riecht das gut. Hund, folgt der Spur. Finde die Schokolade. Finde die Schokolade. Ich geh hinterher. Hey, was ist denn hier los? Sorry. Ist sie in der Küche? Bist du sicher? Oh, du hast nur Hunger. Ich werd diesen Fall lösen. Ich muss etwas übersehen haben. Stimmt. Zeigen Aussagen. Yay. Es muss einen Anhaltspunkt geben. Ich bin so müde. Was ist denn hier los? Willst du tanzen? Hey, aufwachen. Wach auf. Aufwachen. Puh. Du bist schon wieder schlafgewandelt. Ich muss zurück in den Laden. Mal sehen. Hier ist jemand. Psst. Ich bin's. Ich werd leise laufen. Ich werd leise gehen. Nochmal Glück gehabt. Ich kann weitergehen. Was ist das? Oh, klebrige Zeugen. Au. Okay, jetzt kommt die letzte Etappe. Ich bin nah dran. Oh, da drüben. Da ist die goldene Verpackung. Ich werd dich kriegen. Was? Nein. Ist uns Pali. Meine Lieblingspralin. Ist die ganzen Pralin. Mh, lecker. Mh, lecker. Er ist da. Der Dieb. Halt. Es ist nicht meine Schuld. Die Schokolade hat mich reingelegt. Du bist verhaftet. Der Dieb wurde endlich geschnappt. Ja. Warte. Das ist ein Irrtum. Das ist meine Schwester. Sie wird es nicht wieder tun. Mh, okay. Das war das erste Mal. Du kannst gehen. Lass uns nach Hause gehen, Naschkatze. Wer ist der Dieb? Pali, sieh dir die Pasta an. Was ist das? Sieh mal. Miss Cherry. Da steht, ich bin es nicht. Denk nach, Pali. Das ist gelogen. Guck genauer hin. Es ist Miss Cherry. Cherry, Chad, du bist ein Genie. Lass uns in den Laden gehen. Los. Kommt rein, liebe Gäste. Schaut euch meine Schokoladenhoheit an. Sie ist die Königin aller Süßigkeiten. Was ist denn hier los? Miss Cherry, was ist das? Aufgepasst. Detektivin Pali hat die wertvollste Schokolade gefunden. Ich danke dir. Danke. Bravo. Ähm, danke. Das war echt schräg. Oh, Mom. Was? Du kommst erst später nach Hause? Natürlich kann ich auf Chad aufpassen. Chad? Chad? Wo ist der denn? Hi, hier ist eure Aufgabe. Wie viele von diesen Lollis habt ihr in diesem Video gesehen? Zählt sie und schreibt uns die Antwort. Viel Spaß. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Woon. train , mir geht's oh, da. nt das ist ihr? Vielen Dank.